Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der MA News, diesmal die Sonderedition zu Suchbegriffe mit Umsatz. Und bevor wir starten, natürlich den Kanal abonnieren, die Glocke klicken und die MLIs Browser Extension installieren. Wie ihr wisst, das Video Umsatzverteilung hat gezeigt, wie man sehr einfach die Waren oder sehr potenziell Waren Sales der verschiedenen Varianten, Bestandteile eines Parents herleiten und ableiten kann. Und heute wollen wir den Schritt danach weitergehen, indem wir aus den ausgewählten Produkten herleiten, wo die umsatzstarken Suchbegriffe zu finden sind. Ihr erinnert euch, wir haben auf Amazon gestartet und hatten uns gefragt, was ein Gartenstuhl ist. Hatten dann natürlich die ganzen Worten Gartenstühle, Gartenstühle und sowas berücksichtigt. Das sind natürlich wichtige Worte, Campingstühle, Gartenstuhl, die verschiedenen Namen. Wenn Sie eine Funktion haben, auch gerne als Liegestuhl, Klappstuhl, Gartensessel, Balkonstuhl, in anderen Bereichen Terrassenmöbel, Launchsessel. Und dann haben wir gesagt, um das nicht an ein Keyword binden zu müssen und dann hier die Asens unter Keywords immer abgleichen zu müssen und dann auf das nächste Keyword zu gehen und die Asens wieder abgleichen zu müssen, haben wir gesagt, wir gehen einfach in die Kategorie und wählen uns die ähnlichen und relevanten, also funktionsähnlichen und relevanten Produkte aus und geben die in die Umsatzverteilung rein. Haben natürlich Varianten aktiviert, ihr erinnert euch, wählen wir nur diese aus, zum Beispiel bei der Marke hat man das gut gesehen, Nexus Top Brand in dem Fall vor Home Outfit und erweitern wir um die Varianten, überholt Home Outfit sofort. Und nun können wir natürlich sagen, wir wollen gar nicht nach der Farbe gehen, sondern wir wollen gucken, ein oder zwei Stück, wir wollen wirklich zweier Sets machen. Da gibt es jetzt nur diese hier und dann wählen wir die auch so aus und können jetzt hier öffnen mit in Rückwärtssuche öffnen. Wir können also direkt aus dem Ansatz heraus wechseln in den Bereich, wo diese Produkte, Rückwärtssuche, auffindbar sind. Wer möchte, kann sich hier noch die Ansichten und Spalten anpassen. Er kann sagen, ich will die Varianten, muss ich jetzt gar nicht sehen oder kann sich die Spalten noch fixieren oder ein paar Sachen ein- und ausblenden, wie er das gerne möchte. Und dann sehen wir schon, was wir hier haben. Hier oben, das sind ganz normale Filtermöglichkeiten, die erweitert sind, zum Beispiel das Suchvolumen können wir jetzt auch mal rausnehmen. Dann sehen wir schon, insgesamt haben wir 2020 Suchbegriffe, zu denen diese Artikel auffindbar sind. Diese hier alle, ihr seht schon, das sind einige. Das Suchvolumen ist in Summe für die letzten 30 Tage 85.404, Umsatzanteil 100%. Suchvolumen absteigend sortiert, sehen wir, interessant, gar kein Umsatz, kein Umsatz, der Gartensessel ist das ja auch nicht. Aber die werden damit gezeigt, auch nur eine von vier wird angezeigt. Jetzt gehen wir doch direkt dem Umsatzanteil nach. Gartenstuhl-Klappbar, oh, Gartenstuhl-Hochlehner-Klappbar, hier spielt die Musik nicht zwangsläufig, das war das Top-Suchvolumen-Keyword. Ihr seht auch, hier werden dann zwei von diesen ganzen Artikeln mal dargestellt und das ist sehr, sehr breit aufgestellt, 2020. Und jetzt sagen wir einfach, naja, auf 30 Tage wollen wir wenigstens 100. Suchvolumen 100 bedeutet schlicht, dass wir 100 durch 30 rechnen können. Das sind so drei Suchabfragen am Tag. Wir haben die Hälfte, über die Hälfte des Suchvolumens, Entschuldigung, der Suchbegriffe weg. Suchvolumen bleibt noch da, Umsatzverteilung, halbes Prozent Umsatz verloren. Der Trick ist hier, um die unteren Grenzen zu verstehen, indem man einfach das Suchvolumen mal andersrum sortiert. Wollen wir mal hier guckt, ah, so 200, 230, gehen wir mal direkt deutlich ein bisschen drüber, 230. Und jetzt gucken wir mal, oh, noch mal 10% weg. Wir haben das erste Mal wirklich erheblich Suchvolumen verloren, 13%, also 12,5%. Und wir verzichten jetzt freiwillig auf ungefähr 13% des möglichen Umsatzes. Ja, ihr seht das. Und das Interessante ist natürlich, mit dem Suchvolumen, wir könnten jetzt sofort die nächsten Schritte gehen. Oder aber wir sagen einfach, wir gehen in einen anderen Filtermodus, zum Beispiel fortgeschritten, und sagen, wir möchten auch einen Umsatzanteil. 0,5 wird jetzt ein bisschen heftig sein. Ich beginne mal mit 0,1% und dann schauen wir mal, was passiert. Beide Filter sind jetzt aktiviert, Suchvolumen und Umsatzanteil. Es sind nur noch 100 Suchbegriffe da, die immer noch 75% des Umsatzes ausmachen, bei 31% des Suchvolumens. Das ist doch mal ein ganz adäquater Ansatz, hier jetzt hinterher zu gehen, oder? Findet ihr auch? Also ich auf jeden Fall. Finde ich super. Sagen wir mal jetzt, die zwei letzten Keywords lässt man mal noch aus. Und sagt jetzt einfach, wir bauen uns eine Liste und eine neue Liste und wir nennen die einfach Gartenstuhl. Und können die jetzt einfach bestätigen. Das Schöne ist, dass wir mit der Liste jetzt gleich noch weiterarbeiten können, aber ihr habt jetzt erstmal einfach verstanden, welche Möglichkeiten es gibt, schnell und einfach auf wirklich den relevanten Ansatz an Suchbegriffen zu kommen. Mithilfe des Umsatzanteiles und des Rückwärtssuchens, also der Rückwärtssuche. Und woher wussten wir, welche Asiens es waren? Indem wir aus der Umsatzverteilung gekommen sind. Und wie wir dann mit der kleinen Liste weiterarbeiten, das zeige ich euch dann im nächsten Video. So, das soll es also zu Suchbegriffen mit Umsatz gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr euch die Sonderedition der AMA News angeschaut habt. Und wenn ihr möchtet, einfach Kanal abonnieren, Glocke klicken. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden für neue Videos. Und natürlich die Extension installieren. Einen schönen Tag noch.